Und da sind wir schon wieder. Rucki zucki geht das, seht ihr. Äh... Lagern, wir waren ja beim Lagern. Denn wir brauchen... Auf jeden Fall... Kabel. Ich lager das jetzt alles mal in. Was? Nee, nicht abmachen. Ich will das doch einlagern. Und... Den ab. Und den ab. Zack. Hier ist noch ein Kabel. Und da ist noch ein Kabel. Und... Jo, den kriegen wir sogar. Da ist noch ein Kabel. Datei können wir? Doch, können wir auch abreißen. Das verwerten wir auch wieder, ne? Hier auch. Zack. Scheiße, der kommt da nicht hin. Von hier aus. Guck mal, hier hätten wir sogar auch noch... Die Glühbirne. Dafür kriegen wir auch nur Stahl. Komm, Lager in. Ja, sowas können wir hier eigentlich nicht abreißen, ne? Die Burg... Naja, eigentlich braucht die sowieso nicht großartig. Watt, äh... Strom mäßig und so. Und die muss auch... Ne. Und die muss hier auch nicht... Hübsch sein. Und wattwiesig nicht alles. Die muss zweckmäßig sein, ne? Die muss uns praktisch... Schutz bieten können. Kühlschrank... Ah, guck mal hier, den Ofen, ne? Öh! Den kannst du auch stehen lassen eigentlich, ne? Und, äh... Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Achso. Die muss halt nur zweckmäßig sein. Falls hier wirklich der mal weh gekommen. Aber bis das so weit ist und wir das hier noch alles irgendwie, äh... Vernünftig hier vorne zum Beispiel auch zubauen. Genauso wie da. Glaubt mir, Leute. Das wird wahrscheinlich noch ziemlich... Ziemlich lange dauern. Den Strom brauchen wir halt wirklich nur hier. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt hier rangehe? An den Bergsch... Ne, ich bin ja jetzt eigentlich da schon, ne? In der Werkstatt bin ich ja jetzt eigentlich schon drinne direkt. Ach, ne, warte mal, warte mal. Geh mal raus hier. Das ist bei Transfer ist das jetzt, ne? Werkstatt. Irgendwo muss doch denn jetzt hier auch... Äh... Irgendwo muss doch denn jetzt... Kupfer sein, ne? Kupfer, Kupfer... Ne, ist es eben nicht. Das ist es nämlich. Und was vom Kabelstand jetzt hier auch, ne? Stuhl, ne? Ne. Seht ihr, das ist es nämlich, was ich meine. Wo ist denn jetzt hier was? Schrott? Munition ist hier drinne? Ah, aber warte mal, wir können halt ja eigentlich alles hier rausnehmen. Ah, ne, dann kannst du wieder nicht Schnellreise machen, ne? Was hat denn viel? Ach, ist ja gar nicht doll, wa? Nein, falsch. Hä? Alter! Genau, jetzt ist doch die... Alles nehmen. Ja, haben wir ja bereits. Na ja, dann müssen wir jetzt halt Schnellreise machen. Wie viel haben wir denn jetzt da drinne? Haben wir vielleicht die Möglichkeit noch was mitzunehmen? Na ja, ein bisschen, ne? Dann könnten wir ja noch zur... Äh... Wo war denn das? Oh, ich bin schon zu weit... Zu weit links. Hier bei der Tankstelle, ne? Pass mal auf, da machen wir jetzt mal Schnellreise hin. Dann nehmen wir da das Zeug auch noch raus. Oh, hier ist der Pip-Boy. Hab ich auch schon mal gesehen. Haben ja schon mal welche nachgebaut, ne? Irgend so eine verrückte Wissenschaftler. Richtig cool aussieht, das Ding. Und auch, äh, funktions... Töchtig, ne? Also, das... Geht auch richtig alles. Hab ich schon mal gesehen. Richtig coole Sache. Oh Gott, sagen wir, was sind das hier? Jetzt könnten wir doch dann eigentlich hier den ganzen Ramsch auch mal draus nehmen, ne? Was ist denn hier alles drinne? Kiemann, was ist hier alles drinne? Hier ist zum Beispiel schon Kupfer. Äh... Hier, guck mal, hier sind sogar noch Schrauben drinne. Zahnräder sind hier auch noch zwei. Ey, sag mal, was machen die denn hier draußen, Junge? Die lassen hier schon wieder... Raketen steigen. Die merken gar nichts. Äh... Alles nehmen. Wird zu viel, ne? Ne, ist noch nicht zu viel. Alter, jetzt drehen sie echt völlig durch hier draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade hört hier, aber... Jetzt drehen sie völlig durch. Gut, dann haben wir das ja... War das jetzt sehr viel schwerer? Also ist das jetzt sehr viel mehr hier oben? Nö, wir hatten noch Platz. Ihr habt sogar... Naja, gut. Zurück. Auf jeden Fall können wir jetzt immer... Ah, das Kupfer, das ist ja auch immer wirklich... Das ist, äh... Das ist wirklich sehr rar hier, ne? In dem Spiel, muss ich sagen. Also momentan, jedenfalls noch in... Den Regionen, wo ich bis jetzt war, ist es immer nicht so doll was gewesen. Ehrlich gesagt. Das Blöde ist halt nur auch... Die ganzen Kabel, die ich jetzt... Abgebaut habe da, ne? Die ganzen Kabel, die ich jetzt mitgenommen habe, da von der... Von der Burg. Die müsste... Die müssten doch dann hier eigentlich jetzt auch mit bei sein, oder nicht? Das verstehe ich nicht. Ach, guck mal, Munition haben wir hier auch noch drin. Naja, die können wir doch erstmal gleich rüberpacken. Aufbereitetes Wasser, neun. Alles so was, was... Was in meinen Augen kein Schrott ist. Was jetzt Lebensmittel sind, oder... Beton. Blei. Ja... Weiß nicht, ob man... Naja, wer weiß. Alles, was jetzt nichts, äh... Wirklich Schrott ist. Das nehmen wir auch raus hier. Genauso hier. Guck mal, die Kürbisse. Klamotten. Glaskrug. Den nehmen wir nochmal raus. Den verwerten wir dann lieber. Gold. Wo haben wir denn das hier von? Das hier geht zum ersten Mal. Hier, ne Mütze. Gummi. Äh... Naja. Kannst du auch kaputt hauen, ne? Aha, klar, man. Hier, guck mal. Das ist... Was soll das hier drin? Hundefutter. Hier ist noch eine Knarre. Keramik. Oh, Kreide. Was wollen wir denn das alles hier von? Kronkorken sind hier auch noch zwei. Leuchtfackel. Was soll das alles? Hier, Melonen. Nuka Cola. Hier, ey, das ist... Echt, hier sind Sachen drin, ne? Unglaublich. Ja, ich trage zu viel mehr. Das ist halt nicht anders. Ach, guck mal. Hier war ihm zum Beispiel das rote Kleid drin. Äh... Ja, weiß ich nicht. Schrauben, ziehe sie heute. Das ist ja eigentlich gar kein Schrott hier, ne? Schachbrett, Schere, Schlosserhammer. Schrauben, ziehe. Guck mal hier, Schrotpatron. Silber haben wir sogar auch. Genauso wie das hier, ne? Das ist doch eigentlich... Das ist ja eigentlich auch kein Schrott. Das ist ja alles Silber. Das ist ja auch was wert. Auch wenn es nicht viel ist, aber das ist was wert. Ne? Hier sowas, weiß ich nicht. Naja, ist natürlich auch viel Ramsch mit bei, aber... Ist halt nicht... Stahl. Ist halt nischt, äh... Stimpaks sind hier auch noch drin. Nein, obwohl ich nicht... Äh... Säure. Naja, kann man auch drin lassen. Ist jetzt aber halt nischt, äh... Wo ich mir sage, das werden wir bauen... Äh, das werden wir brauchen zum Bauen. Das ist es, ja. Mhm. Öbel. Wie gut das war. Und wo ist jetzt... Wo war denn jetzt das Kupfer? Hä? Achso, da muss ich natürlich erst nur rüberziehen, ne? Mein Schrott. Ach doch, das ist alles Schrott eigentlich, ne? Guck mal hier. Aluminium. Globus. Asbest. Waschenbecher. Ach komm. So wird erstmal alles drin hier. Benzinkanister. Ach nee, Ölkanister. Beton. Beton. Aha. Fieberglas. Flansch. Glas, Glas, Kug. Gummi. Das habe ich rausgenommen, ne? Hochleistungsmagnet. Alter, wir haben ja Sachen hier schon gefunden. Das weiß ich alles gar nicht mehr. Hier, Bauklötze. Äh. Kaputte Glühbirne. Davon haben wir fünf Stück. So, jetzt lass mich mal kurz was ausprobieren. Jetzt wollte ich, das wollte ich nämlich auch schon mal sehen. In den Kommentaren stand nämlich drinne. Inventar. Schrott. Wo war das jetzt? Ach hier, kaputte Glühbirne. Ablegen. Da stand nämlich drinne, dass man davon Kupfer bekommt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zack. Verwerten. Tatsächlich, Kupfer. So, und genauso wie ich das jetzt gemacht habe hier, ne? Freunde. Werde ich da wahrscheinlich mit jenen Müll haben, den ich hier habe. Den wirklich erstmal richtig zu Schrott verarbeiten. Wisst ihr, wie ich mein? Guck mal hier, Keramik. Das ist ja schon alles richtig, was man zum Bauen benutzen kann. Kochplatte. Kochplatte. Das brauch ich da gar nicht drin machen. Das kann ich erst verwerten und dann in der Werkstatt drin packen. Wieso habe ich jetzt bloß eh einen Kupfer hier drinne? Ich habe doch eben drei gemacht. Ne, fünf waren halt, ne? Ach, da steht sogar gleich... Kann ich das nicht... Kann ich das nicht von hier aus, äh... Gesamten Schrott lagern. Da steht sogar bei, was man dafür jetzt kriegen würde, ne? Von die Kochplatte. Schaltkreise, zwei Kupfer und eine Schraube. Oder wie ist das? Da probiere ich jetzt auch erst nochmal aus. Tut mir leid, Leute. Aber... Ich muss das ja irgendwie mal... Muss ja irgendwie mal gucken hier. Muss mich hier auch mal ein bisschen... Tatsächlich. Schön. Okay, Leute. Ich werde jetzt denn auch, äh... Was ich gerade sagte, Das mache ich auch wieder offscreen. Das dauert auch sonst viel zu lange alles. Wir haben immer nur 15 Minuten. Also, naja, eine halbe Stunde. Fast immer eine halbe Stunde täglich. Äh... Ah, 15 Minuten pro Folge. Und das wird euch denn hundertprozentig... Das ist scheiße. Das sowas will ich nicht zeigen. Ne? Also, das mache ich denn jetzt erstmal offscreen fertig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Also, haut rein.